Ja, erstmal herzlich willkommen zu Modern Koi Blog und ich rutsche hier wie auf einer Eisbahn gerade rüber zu Makoto. Jetzt was aber wirklich passiert, passt. So, erstmal herzlich willkommen zu Modern Koi Blog. Makoto in Germany. Ohaio gozaimasu. Hi, ohaio gozaimasu. Wir haben jetzt 7.30 Uhr morgens. Wir haben ein strenges Programm die nächsten Tage. Wir werden circa zwischen 10 und 15 Kundenteiche besuchen. Und einer der Teiche, auf die wir am meisten gespannt waren, ist er, wo wir hier sind. Und Sie sehen es vielleicht, das Wasser dampft. Warum dampft das Wasser? Es wird beheizt. Wir haben jetzt Mitte Oktober, Mitte September und sogar geht schon gegen Ende September. Und der Betreiber dieses Teiches heizt immer noch auf 22 Grad. Und der Teich ist Ihnen auch nicht ganz unbekannt. Wir waren letztes Jahr hier schon zum Bloggen. Wir waren dieses Frühjahr hier, haben gezeigt die tollen Koi, die wir hier ausgeliefert haben. Der Besitzer hat einen ausgesprochenen Kawarimono-Liebhaber. Das haben Sie auch dieses Jahr gesehen. Wir haben einen Karashi Shusui gebracht, wir haben einen Beni Karashi gebracht, wir haben einen Zwei Yamabuki gebracht, wir haben einen weiteren Karashi Shusui gebracht. Letztes Jahr haben wir einen großen Nanashi gebracht mit rund 90 Zentimeter. Und ich habe es Ihnen im letzten Blog im Frühjahr gesagt, der Kunde will jetzt wirklich wissen, was geht mit Wachstum, was kann man aus den Fischen rausholen. Ist das, was wir immer prophezeien, ist das möglich, ist das vor allem auch in Deutschland möglich und welchen Aufwand braucht es. Sie kennen die Anlage vielleicht noch, Sie erinnern sich, er hat zwei Genesis Papierfilter, hat die Anlage, weil seither konnte er nicht wirklich füttern, ab ein paar hundert Gramm ist dann das Nitrit nach oben gegangen. Dann hat er sich an unsere Vorgaben gehalten, hat einen Biofilter sich bauen lassen, für einen 40.000 Liter Teich, 3,8 Kubikmeter Biofilter, also knapp bei 10 Prozent. Und dann hat er ab Frühjahr bei 24, 25 Grad die Futtermenge langsam gesteigert, bis er täglich 2,3 Kilo in den Teich reingepackt hat. Und das jeden Tag, seit Anfang Juni bis jetzt. Also gestern wurde er nicht gefüttert, weil wir heute jetzt ein paar Fische messen werden, da sind sie natürlich live dabei. Er hat ausschließlich Konishi No. 1 Zink gefüttert, weil wir gesagt haben, wenn du das maximale Wachstum willst, nimm No. 1 und nimm No. 1 Zink. Und als wir gestern Abend kamen, Makoto und ich, dann haben wir in den Teich geguckt und wir haben wirklich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Nicht nur, dass die Fische abartig gewachsen sind, die haben tolle Körper, das Wasser sieht bombastisch aus. Aber jetzt frage ich einfach mal Makoto. Makoto,昨天 der erste印象 war, was war das? Das印象 war sehr gut. Warum? Was war das wirklich super? Also er sagt gestern, den ersten Eindruck, den er hatte, der war hervorragend. Und ich habe gefragt, was war das, was dich am meisten beeindruckt hat? Dann sagt er, das Volumen. Also nicht nur das Wachstum, sondern das Volumen. Also nicht nur das Wachstum, sondern das Volumen. Also er verfeinert das noch, er sagt, das Volumen ist das, was wirklich schwer ist. Und ganz verrückt ist, sagt er, er hat rumgeguckt, es gibt hier kein Futterautomat, der wurde auch nicht abgebaut. Der Kunde will kein Futterautomat, das macht tagsüber seine Frau, die ist zu Hause. Und die füttert dann so, wie er es ihr immer sagt und in den richtigen Abständen. Und er sagt, das ist total selten, dass Koi so einen Körper aufbauen, wenn ohne Futtermaschine gearbeitet wird. Das ist total selten, bis man von Futterautautomat Aber das ist nicht so schlecht. Ich habe ihn gerade gefragt, was ist an dem Teich seiner Ansicht nach gut, was ist schlecht, dann hat er als erstes gesagt, schlecht ist gar nichts, er sagt, was optimal ist, ist die Tiefe. Also der Teich hat keine wirklich ganz tiefen Stellen, die maximale Tiefe ist glaube ich 1,50 und er hat aber auch keine ganz flache Stellen und dann sagt er, wenn man mal schaut, wie hier hinten das Wasser einströmt, er sagt, das Wasser kann wunderbar strömen, also man sieht es, Sie sehen es nachher auch, das Wasser kommt vom Filter, vom Biofilterrücklauf, kommt es hier hinten rein, strömt bis hier und kommt dann hier zurück. Also es kann einfach fließen und das ist das, was auch ich Ihnen immer wieder an den Teichen erzähle, Strömung, 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 Strömung entscheidet über vieles und am Ende entscheidet es auch darüber, wie am Ende auch die Wasserqualität ist. Heute Morgen haben wir uns über das Wasser unterhalten, wir waren gestern wie gesagt bei Sonnenuntergang da und dann haben wir gesehen, dass ein bisschen Schaum auf dem Wasser ist, es wurde aber jetzt nicht gefüttert, dann sagt er, es wird was Schaum auf dem Wasser und dann sagt er, das ist hervorragend, es ist nicht zu viel, es ist aber auch nicht zu wenig, es ist genau richtig. Und in dem Wasser hat er mir erklärt, mit der Art von Schaum und mit der Menge an Schaum, sagt er, da sind die Koi konditionell gut drauf und sie haben eine sehr, sehr schöne Haut. Er sagt, wenn kein Schaum auf dem Wasser ist, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass entweder schon Hautprobleme bei den Koi da sind oder dass Hautprobleme kommen und wenn zu viel Schaum drauf ist, das kennen wir auch, dann ist es mal wieder Zeit für einen Wasserwechsel, dann ermüdet das Wasser so langsam. So, ich lasse jetzt mal ganz kurz hier in den Teich schauen, dann nehmen wir, machen wir kurz Pause, dann fangen wir drei, vier von den Fischen raus, die wir messen wollen und dann schalten wir sie wieder zu. So, das ist ja so rutschig, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich wie eine Eislaufbahn. Und das Wachstum hier ist wirklich sensationell. Wenn Sie hier mal diesen Beni Karachi sehen, der ist 2015 geboren, kam letztes Jahr nach Deutschland, er kam mit knapp über 60 Zentimeter nach Deutschland, der ganz linke jetzt, ist dann gewachsen auf 79 Zentimeter, war er glaube ich, als er hierher kam. Und jetzt sind wir natürlich super gespannt, wie er jetzt gewachsen ist. Der wird also jetzt vierjährig, ab Oktober, da ändern ja dann die Koi, wechseln dann ihr Alter und wir gehen mal davon aus, dass er um die 85 Zentimeter hat. Also den werden wir auf jeden Fall wissen. Da habe ich Makoto gestern einfach mal spaßesalber gefragt, wie sich der Wert heute darstellen würde von dem Köln, das verrate ich Ihnen jetzt natürlich nicht. Aber zu dem, wie ihn der Kunde gekauft hat, zum Wert von heute, kann man sagen, dass er seinen Wert verdreifacht hat. Er hier kam schon vor zwei Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr, kam der Asagi Nanashi, Makoto auch völlig begeistert. Dann haben wir hier ein Deutschkarashi, der kam dieses Jahr, das war der letzte, der eingesetzt wurde, kurz nach Ostern, weiß ich noch, bin ich in einer Spezialmission hier hochgefahren. Der hatte 89, 90 hatte er, als wir ihn gebracht haben. Und da wollen wir jetzt natürlich auch wissen, wie groß der ist. Das ist übrigens Makoto's Kashi da, das ist der Beste im Teich. Er hat dann immer noch Kashi da, ne? Hi. Jetzt ist er unter dem Deck. Hier kommt er jetzt. Und da war der Kunde überrascht, er hat gedacht, Makoto tippt er auf einen anderen. Aber er sagt die Overall Balance, also wenn man alle Qualitätskriterien mit einbezieht, dann ist er im Moment der Stärkste. So, dann haben wir allerhand andere Koi. Hier ist nochmal der Beni Karashi, da sagt Makoto, das wird in Zukunft dann irgendwann der Beste sein. Aber dazu muss jetzt erstmal noch ein paar Zentimeter wachsen. So, wir fangen jetzt ein paar raus und dann sind wir gleich wieder bei ihm. So, wir haben jetzt mal drei von den Monstern gefangen. Und dann schauen Sie, das ist eine 100er Messwanne. Super, das ist ein Rashi, ne? So, da haben wir jetzt mal den Beni Karashi, den Deutsch Karashi und dann noch den Asagi. Den sehen Sie jetzt nicht. Annoike no Sechesuru wa, Mappon no Sechesuru yori. Und wo desu ka? Daitei onasi da ne. Und doch? Also, ich habe ihn gerade gefragt, wie das Wachstum hier in dem Teich im Vergleich zum Wachstum im Naturteich ist. Da hat er gesagt, und Sie haben mir gehört, wie er gelacht hat dabei, es ist ungefähr gleich. So, und jetzt interessiert uns natürlich nicht nur das, was wir optisch sehen, sondern auch das, was wir messen können. Hi, Asagi kara. Choto hakata kura say. Hi. Jetzt fangen wir mit dem Asagi an. Ich werde ihm immer mit einer Hand helfen. Der kam irgendwann mal die Größe aus, der kam war 90. Der kam mit 90. Choto hakata yo. Anno Asagi wa, so no kyonnen no shigatsu. Ah, shi chigatsu. Ah, Sata-sama da ne. Doizu, doizu ni kimashita, kiuchu senshi. Sakasama? Sakasama. Nihon to Sakasama, ne, gore. Ah, das ist ein Problem. Die japanischen Messwannen sind umgedreht. Und die Messwanne ist jetzt auch ein bisschen zu schmal. Da kriegst du den Fisch jetzt in der Messwanne nicht gedreht. Ich muss es ganz kurz mit einem Schlauchkäschel drehen. Asagi wa, mata, suborashi kirei, ne? So, da ne, kuroくない, ne. Also, das ist sehr schön, dass er auch nicht... Tassou san senshi. Justo, na, te. Kyuchu, ima Kyuchu jodo, ne? So, da ne. Also, 93 Zentimeter hat er jetzt. Und schauen Sie sich den Kopf an. Oggie, ne, gore. Kyuchu? Hi. Kyuchu ni arren, da ne. Kyuchu ni. Also, 92 Zentimeter hat er jetzt. Hat zwei Zentimeter gemacht. Und hat dabei wahnsinnig Volumen aufgebaut. Shutsu wa hundin ikan peki, ne? So, da ne. Er untersucht ihn jetzt gleich. Ira, wa to? Ira, wa to iso. Makoto guckt jetzt auch nach den Kiem. Seht den einwandfrei. Da ist nix dran. Also auch das, ne schöne Rückkopplung, dass das mit der Fütterung sehr gut geklappt hat. Weil das ist natürlich das Wichtigste, was auch Makoto immer wieder gesagt hat. Man muss natürlich schauen, wenn man Fische mit dem Tempo groß macht, wenn man die Menge an Futter im Teich versenkt, dass das auch nicht zulasten der Gesundheit geht. Und das Erste, was sie bei so einem Spiel im Zweifel abschießen, sind wirklich die Kiem. Hi. Ikoi, da ne? Ikoi, da ne? Ikoi, das ist ja. Wesentlich, ne, große Asagi. Er sagt, es ist selten, oder Asagi in der Größe sind seltenheit. Himbjukaide, ist es sehr stark, oder? Ja, sehr stark. Ich habe ihn gerade gefragt, ob der Asagi auch auf einer Koi-Show erfolgreich sein könnte. Dann sagt er Absolut, weil Asagi in der Größe gibt es eigentlich gar nicht. Und das ist natürlich kein reiner Asagi, sondern Ananashi Asagi, sprich, da ist Karashi Blut mit drin. Asagi in der Tammini, wollen wir, super, dass sie gut sind. Und genau das kommt dazu. Die meisten großen Asagis sind sehr schlank. Das ist er nicht. Der hat richtig Body. Also, den könnte man auf die Shinkokai-Koi-Show bringen. Und könnte... Und er sagt gerade, das Höchste, was man an einem Koi aussprechen kann, er sagt, das wäre ein sehr gutes Elterntier. Und auf der Shinkokai... Shubetsu no Chans Moadu, ne? Also, und auf der Shinkokai hätte der durchaus eine Chance, den Best in Variety zu machen. Sie können das jetzt selber mal überprüfen. Schauen Sie es mal den Koi-Meg an und gucken Sie unter Best in Variety oder Shubetsu, ich weiß nicht, wie ich es genannt habe, wie der dort abgebildete Fisch, wie Sie den im Vergleich zu diesem hier empfinden. Und dann werden Sie merken, da könnte durchaus was gehen. Auch die rote Linie, sondern Benimo, super, dass sie. Benimo, ja, ne? Also, das ist große, große Koi-Zucht und Koi-Aufzuchtkunst. Hi! Mordeste. Mordeste. Der geht jetzt zurück. Nieskoschie, ne? Ich glaube, der Besitzer, der hinter uns steht, der ist bei den Worten gerade dahingeschmolzen. Er hat seine Frau ganz fest in den Arm genommen. Er hat gesagt, Schatzi, das freut mich. Ich bin so stolz. Nein, der kann man auch stolz sein, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also, das so hinzubekommen, das ist natürlich auch mit einem wahnsinnigen Kostenfaktor verbunden, rechnen Sie. 2,3 Kilo, Mai bis Ende September, Konnichi Number One Sink, jeden Tag, Zugiwa Beni Karasch. Wir machen es in der Reihenfolge, ähm, Oh, ich will es aber genau wissen. Ähm, in der Reihenfolge, wie Makoto die Besten des Teiches festgelegt hat, der dritte war der Asagi, der zweite ist der Beni Karaschi und der erste ist dann der Deutsch Chagoi. Und die Top 3 sind es dann auch, die wir Ihnen gezeigt haben. Zugiwa Beni Karaschi. Zugiwa Beni Karaschi, ne? In den großen Fischen muss man aufpassen, dass man in der Wanne mit dem Reißverschluss, der in die Schwanzflöße nicht einklemmt. Sie bei kleinen Kindern mit dem Reißverschluss und dem Pullum an. Ah, ah,すごい. 7cmある? Immer 80... もう一度. Ja,ちょっと待って. 86,7cm. Da es so die SINGAL-ADM gucken? Ah, 6. 6. Tasso, 3. 89? 89. Jetzt muss ich selber rechnen, der kam hierher, 82 kam er hierher, der hat also sieben Zentimeter gemacht. Ich bin selber überlegen, der kam hierher, der 3-jährig ist, aber jetzt im Herbst wird er 3-jährig. Er wird jetzt 4-jährig, der wird jetzt 4-jährig, immer 4-jährig. So. Ich habe ihn jetzt gefragt, ob der Fisch in Japan jetzt noch Tadegoy wäre und natürlich den Grund, warum der Fisch in Japan noch Tadegoy wäre. Warum er ihn damals verkauft hat. Wahrscheinlich hat der Körper verändert. Er sagt, und das ist das, was ich Ihnen auch schon immer wieder gesagt habe, er geht davon aus, dass sich die Körperform verändert hat. Das kann passieren. Die Züchter können sich natürlich auch immer nur an dem orientieren, wie ein Fisch gerade drauf ist. Und heute ist er perfekt. immer noch der Körper ist perfekt, oder? Ja. Ja. Der Fisch ist auch sehr stark. Auch der Fisch ist richtig schön dick. Was ist das am besten? Ja. Also er sagt, die stärksten Punkte sind die Breite des Koi in dem Bereich, das Volumen sind. Und hier hinten vorne, die Kopfbreite ist auch sehr gut und die Kopflänge. Hi. Das ist die gute Sache. Also Sie sehen, man kann auch mal Glück haben. Nicht, weil sich der Züchter getäuscht hat oder weil er ein schlechtes Auge hat, sondern weil sich einfach der Koi entsprechend verändert hat im Zuge seiner Entwicklung. Und jetzt bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen, wie viele 90 Zentimeter Deutschkarashigoi in einem Jahr hier noch hat zulegen können. Das machen wir schon mal auf. Ein bisschen Frischwasser. Er sagt, ich soll ihm bitte helfen. Das ist kein Problem. Das ist riesig. Das ist noch nicht so schwer. Ist esникbar? Ich verstehe. Hier geht es. Oh, das ist 93 Meter. Das ist sehr schön, aber das ist ja auch schon. Der eigentliche Schnitt ist 92. 92 und 3. 95? Ja, das ist ja auch schon. Das ist ja schon. Der ist ja schon. Der ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. 86 und 3. Das ist ja schon. Das ist ja schon 92 und 3. 95. Also, wir haben hier das Unglaubliche geschafft, oder nicht wir, doch wir haben es geschafft, hört sich das so an. Ne, der Kunde hat es natürlich geschafft, dass der Käufe 90 auf 95 cm gewachsen ist und das bei gleichzeitig brutalem Volumen. Also das Volumen ist genau richtig, absolut toller, deutscher Karaschigoi. Was ist das für die Körperlinie? Er sagt, die Körperlinie gefällt ihm sehr gut, ist für ihn das stärkste Kriterium. Er sagt auch, das Kokenami hier ist schön, einen Schwachpunkt hat er nicht. Auch die Rückgratbeschubung ist hübsch. Und schauen Sie sich mal den Osutsu an den Schwanzansatz. Das ist brutal. Das ist richtig brutal. Super. 5 cm. Okiku. Die Kondition ist auch gut. Der Kondition ist sehr gut, wenn er an der Seite entlang fährt. Ist die Schleimhaut richtig schön weich. Nicht zu rau, nicht zu schleimig, sondern so wie es sein muss. Und da sagt Makoto, dass es einfach eine Geschichte ist von der Kondition. Ja, wir werden hier jetzt noch eine Weile weitermessen. Aber das muss jetzt auch ein bisschen zügiger von der Hand gehen. Darum stoppen wir jetzt den Block. Ich glaube, wir haben gezeigt, oder der Kunde hat gezeigt, dass mit einem großen Aufwand die Fische groß gemacht werden können. Aber wie gesagt, wir sprechen hier von unzähligen Kilowatts, die hier an Wärmeenergie in den Teich geflossen sind. An unzähligen Kilos an Konishi Number One, die hier in den Teich geflossen sind. Ganz viel Frischwasser. In dem Fall hier Filterpapier. Der Kunde kann auf nichts anderes setzen, weil er hier keinen Abwasseranschluss hat. Wir sind hier im Moorgebiet. Im Moorast sozusagen. Aber wenn man will, dann geht es. Makoto freut sich wirklich auch wie ein kleines Kind. Ist natürlich für ihn auch schön zu sehen, dass die Topfische, die Topkawari Mono, was er irgendwann mal produziert, gezüchtet hat, dass die hier entsprechend gut gehalten werden. Und nicht nur das, sondern dass auch versucht wird oder Bestmögliches getan wird, um das Potenzial aus diesem Koi herauszukitzeln. Das macht uns stolz. Ich bin mir sicher, der Besitzer ist jetzt motiviert genug, nächstes Jahr in die nächste Runde zu gehen. Nochmal genau den gleichen Aufwand zu betreiben. Und nächstes Jahr diesen Koi möglichst auf einen Meter zu bringen. Räinen war wahrscheinlich 1 Meter. Ja, ja. Ich freue mich. Also Makoto sagt auch, er freut sich. Und wir gehen davon aus, dass der Koi nächstes Jahr einen Meter handelt. Ja, ich rufe. Ich rufe. Jetzt muss ich dir eine Möglichkeit machen, über den Bericht zu gehen und beinhalten. Ich rufe für die Topf von alter Waffe, den es gibt. Und ich rufe, die will, oder die Eichsteller anbieter werden. Und ich rufe. Ich rufe, wenn ich. Und ich rufe.